Musik Hey Leute ich bin euer Sunny Und ich bin euer Jess Ja und ich bin euer Random King Vom Team Games Club und wenn ihr auf der Suche nach guten Videos seid, seid ihr hier definitiv verkehrt Wir zocken wieder Minecraft Adventure Map, äh, Random hat hier die ganze Gegend kaputt gemacht Wir haben sie wieder heil gemacht Können wir in diese hellen Map gehen? Ja, du darfst da reingehen Ja, Random ist wieder mit dem Account von seinem Kumpel Wir sagen nicht Freund Es hat gute Gründe Vielleicht sollten wir an dieser Stelle mal kurz oben ein altes Video verlinken Da könnt ihr raufklicken Und da seht ihr warum wir Es ging quasi jetzt darum, dass Jess schwul sein könnte Halt dein Maul Egal, ihr versteht das Video eh nicht, wenn ihr den Zusammenhang nicht kennt, aber egal Hey warte welches Video? Na Jess Also hör doch mal auf die ganze scheiß Äpfel zu verbrennen Weißt du, er steht auf und brennt die ganzen goldenen Äpfel Okay Äh, ja wir machen hier die Adventure Map mal wieder ohne Lexi Wir haben ihn ausgegrenzt Er ist grad bei Kentucky Fresh Chicken Ne, irgendwo, keine Ahnung Ich muss ihn nochmal fragen Irgendwie hat sich das nach, nach, äh Nach... Ach egal Okay ich leg's davor Follow the path and find the exit Oho, wie geil Wie weit fliegt der denn? So ich hab den Ausgang gefunden, ist nicht schwer Oho, wie weit fliegst du? Ja lol You failed You failed, komm hier nicht rein You failed So, wie... So wie... Einer muss mich, äh, einer muss mich back Karin Ahir lol Da's'n knopf, da's'n knopf Ahaya Ja lol Einer muss hier A 2011 Das bist du Das bist du Nein das bist du Ja, ja, ja Nein, random-genau Sximum Das bist du Du bist nie Jaaaaa ha. HAHAHA So okay, ja lass mit, komm mit Jan, wie gesagt nichts kaputt machen ne? Was hast du gesagt? Übrigens den Knopf, ich war hier schon vor euch drin, den hab ich weg gemacht Ey was? Den Knopf hab ich weg gemacht Was für Knopf? Der da eigentlich war bei der Tür Achso, hier muss man lang Ey Random, lass nichts kaputt machen Wie lange ich schon keine Adventure Map gespielt habe Okay, ich würd vorschlagen Ah, das hab ich grad in der Schule neulich probiert Da hatte ich mein Laptop mit Da hab ich grad hier versucht das mal zu zocken im Singleplayer Ähm Ah, Spaß Alter Boah Lass, ey, alter Nirgendwo drücken, Jess, nirgendwo drücken Ach Göttchen Das ist doch echt scheiße mit dem zu spielen, da hab ich recht Ne lass mal bitte, lass uns mal bitte machen, okay Nein, nein, nein Oh Oh, jetzt ist es nicht schon wieder in der Lauf Yes Es einfach Ja, genau Goldene Äpfel Die ganze Zeit einfach essen Ne, warte Ich krieg schon hin Warte mich einfach zu ihm Achso, random ist das da hinten Ja So, jetzt kommt zu mir Ich bin schon da Muss man nicht eigentlich über diese Lava denken, Mr. Bums Ah Ah Alter, Hörlo Alter, Spostenkind Alter, Gesangsverwalter, der kotzt mich auch echt hart Achö Nee Alter, hör mal auf ey, brenn mich selber nieder Nein, ok, lass uns mal ordentlich machen jetzt Ich brenne mich beide nieder, also halt Leute, lass uns mal ordentlich jetzt machen Ja, ich hab gewonnen Hä, lol, jetzt sind... Nein, kein, keiner portet sich Ey Jess, bleib, bleibt da wo du bist Okay, das war jetzt wichtig. Beinahe wäre alles wieder schiefgegangen. Ey, lass mal bitte random. Lass mal bitte. Wo ist denn der überhaupt? So. Lass mir jetzt mal die Adventure mitmachen. Random, lass es mal bitte, okay? Der ist aber aus dem Gebrauch gegangen. Oder rausgeflogen. Passt. So. Mach weiter. Sani, mach weiter. Oh leil, warte. Alter, wie lange wirst du so aus auf Warten? Moment, kannst du... Ach, platziert für den Pro. Ah, tuttum, tuttum. Scheiße, ich bin... Ich brenne nieder. Ey, random, lass mal bitte, okay? Oh, kackig, dropp, pink. Genau, weitergekommen. Okay. Alter, gesangserweilter. Ich glaube, warte mal, ich kann jetzt dir, ja? Nein. Alter, random, lass es mal. Jetzt kannst du deinen Zaum ein bisschen leiser machen, wir haben uns doppelt. Meinen? Ja, deinen. Nein. Ich habe mich bei dir doppelt. Na, dann liegt es an random. Random, steck mal Kopfhörer rein. Oh, scheiße. Ja, random ist so ein Cheater. Obwohl, warte mal, das ist schlau, was er macht. Guck mal. Nee. Hey, random hat gescheatet. Nee, hat er nicht, guck mal. Alter, alter. Wieso? Fall ich denn auf jeden Fall mal runter? Ich spring schon, aber was ist das für ein Bug? Guck mal, man kann doch hier lang gehen, was er gemacht hat, aber vielleicht ist das gar nicht möglich. Alter, komm, warte mal. I'm YOLO. Random. Mach mal deinen Zaum leiser. Alter. Kotz dich dann, ne? Nee, warte mal, jetzt bann ich ihn. Nee, bann will ich ihn nicht. Äh. Endmuten. Random. Random. Alter, weißt du? Wieso? Mach mal bitte, sag mal bitte was. Alter. Okay, ich geb dir jetzt, ich geb dir jetzt noch genau 20 Sekunden. Zehn. Neun. Alter, ich war schon so weit. Sieben. Ich war schon so weit. 6. 5, 6. Ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht ... 5, 6, 7, 5. Ich bin schon noch ein bisschen. 4, 3, 3, 3. 6, 7, 2, 3, 2, 3. Ich bin schon noch ein bisschen. 2, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 1, 1, 1, 2. 4, 3, 4, 3, 3, 4, 3, 4. 1, 2, 1, 1, 0. Ähm. Hast du gerade ihn gebannt? Ich? Nein, 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 nein. Ah, nein. Ah, ah. 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 Okay, was auch schon, ich bin hier Until then. random sei es abgelaufen so wenn ich krieg dir noch mal vom teamspick server du passt auf sein es ist die frage wann müssen wir hier lang okay guter das hier ist jetzt ist schon so war der jetzt und jetzt können wir erstmal um die adventure map kurz kümmern also guck mal wir müssen jetzt quasi bis jetzt rüber gegangen hier ja das ist falsch nee das ist richtig nee pass auf das war der witz an der sache wenn random den jetzt nicht schon versaut hat guck mal hier irgendwo an der seite da siehst du den hebel so jetzt müssen wir einmal komplett wieder zurück ja dann ja da bist du jetzt da ja wir hören dich jetzt kannst du denn mal kannst du mal ordentlich wieder mitmachen dann kannst du auch mitmachen habt ihr mich davor nicht gehört ja wir haben dich nicht gehört ja ja okay und zwar das ding was auf meinem schoß ist war auf den riegel gerutscht heute die ganz schnell konnte sich ich kann nicht rauf das ist jetzt richtig scheiße was uns passiert ist weil du mal slash pardon mach bitte gar nichts wenn du drauf bist okay jetzt mach schon mal mach bereit dass du dich zu importen kannst okay wer ich ja zu ihm ja aber ich kann nicht rauf ja jetzt probier warte kurz wo ist mein netzkabel so du musst dich zu importen bist du bei ihm ja ich würde der war in der lava ja komm ganz schnell zu mir jetzt komm zu mir weil wenn wir alle da hinten sind ist versaut dann können wir nie mehr die adventure map spüren also komm her wo bist du ja ist gut ist gut warte ich komm zu dir jetzt ist alles in ordnung es muss mindestens immer einer hier sein es ist so kompliziert ist mit random adventure map zu machen dass ich nicht einmal ordentlich mitmachen kann ja was hast du hast uns die ganze zeit irgendwie umher gesteuert hast nicht geantwortet ich habe euch nicht geschleudert natürlich nein also ich kann sie kann sie im video zeigen das video war das zu dem zeitpunkt als ich nichts gesagt habe als ich ja ja das war ich nicht wer dann wer dann ja keine ahnung was versucht er eigentlich in der lava so ich habe es jetzt so ziemlich geschafft jess ja okay ich habe es geschafft bis zum ende hin reporte dich mal zu mir hey lol wo bist du jetzt ich bin bei dir also leute ich habe dich gesehen die werden in der fall oder land ist hier lang komm so wenn du wirklich bei mir ach jetzt ich dich auch hier lang oh lol überprüfen ich habe bis es noch proberäse das ist nachher hinbekommen ja natürlich nehmen wir auf es ist nicht noch so Ich bin auch tot. So, warte, jetzt ist Poddy zu random. Mal schnell, bevor er auch tot ist. Ja, okay, das ist gut. Alter, wollt ihr mich denn mobben? Ja. Eindeutig. Hä, warte mal. Hä, was war das? Alter, lass es doch mal random. Lass doch einfach mal uns in Ruhe zocken alle zusammen. Hä, ich hab nichts gemacht. Ja, genau, jetzt wurde ich durch die gesamte Lava geschleudert. Okay, das, das, das war ich jetzt gerade, aber das andere nicht. Na, wieso hast du das überhaupt gemacht, ist die Frage. Komm, mach mal jetzt einfach mit uns, wenn schon mal Pocky. Hä, warte, als sogar darüber geschwommen ist, keine Ahnung, über die Lava. Wolltest du da auch geschubst? Jess, ähm, pass auf. Du kommst jetzt zu mir, pass auf, du versuchst jetzt die ersten Sprünge, bist du leid. Alter, ja, ich sag, warte, wie wurde ich denn mit dir schon wieder geschubst? Hey, ich steh hier hinten, ich komm noch nicht mehr an. So, warte. Jess, komm mal her, ich probier jetzt mal die ersten Sprünge. Lass mal, lass mal, bleib mal weg, also. So, okay, warte, ich geh noch zur Leiter. Ich war schon bei der Leiter. So, jetzt komm. Ich hab ein Beweis, dass ich es gar nicht sein kann. Ach, wieso funktionierte meine Schichttaste nicht? Äh, meine Doppel-W-Taste, oder wie ich das sonst... Ja, genau. So, warte. Null. Achso. Dann ich fliege hier gleich runter. Alter, von wem wurde ich schon wieder... Von Red. Alter, ich wollte mich doch... Genau, wartet mal da unten. Warte mal da, random. So, perfekt. Mach weiter, Jess. So, jetzt abwarten. Oh mein Gott, war das grad laut. Ich glaub, alles... Egal. So, jetzt macht random endlich mal gut mit. Hey, ich hab'n Beweis, dass ich das gar nicht war. Ja, ist ja gut, aber... Ne, pass auf, pass auf. Ja, nein, interessiert uns jetzt gar nicht. Lass uns einfach zocken. Ich stand da hinten. Ich stand da hinten. Und... Ja, du warst es nicht. Sie sehen's ein. Es war jemand anders. Das war der unsichtbare Geist des Servers. Dahin. Ich wär' vielleicht jetzt erst nochmal auf den... Oh, lol. Ich stop hier. Ich hab's geschafft. Nein. Leute, wir sind hier alle nur am Damage kriegen. Hä, was ist das denn jetzt hier? Keine Ahnung. Ich esse einfach nur goldene Äpfel und versuch, dass es vorüber geht. Ey, wo sind wir denn mal bitte schön jetzt? Ich hab' keine Ahnung. Ich porte mich nur noch. Also, ich verreck und porte mich. Ey, wir sind doch gleich drauf, Sunny. Wir sind weitergekommen. Oder? Wir sind gut. Ja. Wir sind gut. Gemobbt, gedisst. Zehnmal gemobbt. Guck mal, hier ist uns was. Alter, da ist noch ein Schalter. Ja, Leute, jetzt hat sich das... Die Rückkopplung, also dass wir uns doppelt hören auf einmal. Jetzt ist es auf einmal weg. Ja. Ich kann's aber gar nicht gewesen sein. Du warst es. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen in Teamspeak, weil wenn wir gesprochen haben, hast du quasi auch gesprochen. Guck mal, hier. Hier, 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 hier. Das ist noch ein anderer. Ich hab' jetzt hier gerade den Schalter. Äh, warte mal. Ich glaube, warte mal, Placelever. Die Quelle auf, wir müssen ihn, glaube ich, wieder mitnehmen. Ja, viel Spaß. Herr, ernsthaft jetzt? Herr, wo ist denn? Haha. Hey, ernsthaft, Hannes, äh, Randomer, äh, hast du den? Nein. Alter, die Schalter, die Verschwindung, die... Ah, nee, doch, nicht. Ich hab zwei Schalter. Aber den einen drin hab' ich's gerade gefunden. So, oh! Bist du denn ganz bescheuert? Ja, genau. Bist du denn ganz bescheuert? Ich hab' mir die ganzen Schalter verkackt. Echt jetzt? Ja. Ja, okay, lass einfach neue nehmen. Nee, ich hab' ich hab' schon wieder, ich hab' die schon wieder. Die wurden eingespeichert, mein Inventar ist ja eingespeichert. Alter! Fliegenpilze! Wer ist abgekackt? Keine Ahnung, ich weiß jetzt auch gar nicht, wo wir sind, immer. Ich verreck' nur dauernd wegen irgendwem und dann... Also, hast du jetzt noch zwei Schalter? Ja. Ich hab' einen. Ja, perfekt. Genau, die musst du jetzt mal da vorne anbringen, ne? Also eins, zwei und der dritte kommt. Wenn ihr noch Zeit habt, drehen wir jetzt gleich noch eine zweite Folge hinten dran, weil das ist echt verarschend. Nein, nein, ich hab' keine Zeit. Ah lol. Weil, okay, die Folge war echt verarschend. Wir müssen dann mal irgendwann zeigen, dass es auch... Oh, oh! Spaß. Also, da stirbt man ja gar nicht von. Okay, dann komm' ich auch. Das ist die schlimmste Folge, die es eigentlich gibt. Guck mal, der Pfeil zeigt da lang, also gehen wir ganz vertrauensvoll da lang. So, hier ist Leuchtstein. Fällt grad' so oft, dass Jazz laut... Also, dass Random und ich gleich laut sind und Jazz lauter ist, aber... IYER LOLL! Was soll das denn? Oh, scheiße, ich geh' gleich drauf. Oh nein, oh nein. Ja, ich hab's geschafft. Wo hast du es geschafft? Wohin hast du es geschafft? So, ich hab' den Key. Alter, ich hast' dieses Damage-Krieg, alter. Ich hab' die Lava. Na los. Ich komm'. Hast' den Key? Das Bild ist ganz wichtig. Ich hab' den Key hier da reinlegen. Ich hab' den Key. Warte. Ja, ich brauch's' ihn da reinlegen. Ja, klar, Moment. Wo? Was? Wie? Ja, hier, ich hab' den Key hier da reinlegen. Wuhuuh. Was? Hey, der Key will da... LOL. Warte. Hey, der Key will da nicht rein. Ich muss auf jeden Fall laufen. Der bleibt stecken. Leute, tschüss. Ich muss auf, wirklich. Ja, okay. Die Folge war sowieso verarsche. Ja. Ich bin aber trotzdem... Guck dich nicht. Hey, das ist verarsche. Hey, Random, wo bist du? Ich bin noch in dem Loch. Äh, der will da nicht rein, der Key. Wie komm' ich eigentlich zurück hier? Wieso will der Key da nicht rein? Alter, was meinst du? Okay, dann versuchen wir, das Problem zu beheben. Ich weiß, warum. Warum? Guck mal, das Inventar von dem Ding rein. Wie, was, wo? Achso. Äh. Ah ja, klar. Random war am Werk. Ja, dann funktioniert das natürlich auch. So, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Hoffentlich ist Random nicht dabei. Ach, die... Boah, das war die schlimmste. Das war echt... Ist ganz niedlich geworden. Da hab ich Ewigkeiten für gebraucht. Also, ich mein, dass da überhaupt Jump Dream steht. Weil er das ja einfach abgerissen hat. Ja, wir hatten Stromausfall. Ja, er hat alle Fackeln abgebaut. Leck mich. Hello, wieso kann ich... Achso. Ja, okay. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge, die wesentlich... Also, hoffentlich wesentlich besser wird als diese hier. Und, äh, ja. Bis dahin. Ciao. Ciao. Outro 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 Untertitelung des ZDF, 2020